Willkommen zu Tacheles aus Breckerfeld. Auch wenn es jetzt so in Richtung Frühling langsam geht, ohne Jacke, ohne Mantel sollte man nicht aus dem Haus gehen. Es ist einfach noch zu kalt dafür. In der Bibel finden wir hochinteressante Berichte, in denen jedes Mal auch ein Mantel drin vorkommt. Reden wir mal Tacheles darüber. Tacheles reden, das bedeutet ja so viel wie völlig unverblümt die Meinung zu sagen. Und genau das sollten wir als Christen ja eigentlich zu jeder Zeit tun. Erinnern Sie sich, das Volk Israel wickelte die Schüsseln mit den ungesäuerten Brotteigen in ihre Mäntel, bevor sie aus Ägypten auszogen, so nachzulesen in 2. Mose 12, 34. Und Joshua berichtet von einem kostbaren babylonischen Mantel, der unter seiner Kriegsbeute gefunden wurde. Und das ganze Volk Israel dann in Misskredit brachte. So in Joshua 7, Vers 21. Der Prophet Elia warf dem Elisa seinen Mantel als wichtiges Berufungszeichen über. Erste Könige 19. Und Mordechai, der Onkel der bekannten Königin Esther, wurde mit einem Mantel aus weißen Leinen geehrt. In Esther 8, Vers 15. Ach, und der König Ninives tauschte seinen Mantel gegen ein Sacktuch der Buße, als er die Nachricht des Propheten Jona bekam. Jona 3, Vers 6. Als die Menschen Jesus begeistert Hosianna zuriefen, breiteten sie was aus. Ihre Kleider, ihre Mäntel auf der Erde. Lukas 19, Vers 36. Jesus wurde nicht nur eine Dornenkrone aufgedrückt, sondern auch ein Purpur-Mantel umgehangen. Markus 15, Vers 20. Und nicht zu vergessen, Paulus bittet in einem ganz unscheinbaren Nebensatz den Timotheus, ihm doch bitte seinen Reisemantel mitzubringen. 2. Timotheus 4, Vers 13. Also, egal ob Königsmäntel oder Wintermäntel, jeder dieser Kleidungsstücke erfüllt einen ganz bestimmten Sinn. Vielleicht wundern Sie sich jetzt, warum ich heute so einen Mantel-Exkurs mache. Ist das jetzt neue Mode? Nein, nein, nein. Das ist ganz schnell erklärt. Wir alle brauchen und haben Jacken und Mäntel. Es ist ein Alltagsgegenständ, über den wir gar nicht groß nachdenken. Dabei ist gerade dieses Kleidungsstück eine geniale Erinnerung an unsere Erlösung durch Jesus Christus. Er, der Herr Jesus Christus, legt jedem Menschen, der zu ihm gehört, den schönsten Mantel um, den es gibt. Nämlich den Mantel der Gerechtigkeit. Und so heißt es in Gottes Wort, ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. So heißt es in Jesaja 61, Vers 10a. Reden wir mal Tacheles. Ich frage Sie heute ganz unverblümt. Freuen Sie sich mitten im Alltag, zum Beispiel auch beim simplen Jacke anziehen, von ganzem Herzen darüber, dass Jesus seine Kinder gerecht gesprochen hat? Dieser Frage müssen wir uns stellen, denn wir haben keine Zeit, um den heißen Brei herumzureden. Bis zum nächsten Mal mit Tacheles aus Breckerfeld. Und bis dahin, seien Sie doch ein Segensleuchtturm. Maranatha, unser Herr, komm! Und bitte heute. Ihr Johannes Vogel und bis zum nächsten Mal mit Tacheles.